so hallo wunderschönen guten tag liebe community hier auf youtube und natürlich auch wunderschönen guten tag an alle meine freunde auf twitch diejenigen die mich nicht kennen mein name ist svenny im internet auf twitch unterwegs mit dem namen mokwei tv was habe ich mir zur aufgabe gemacht ich wollte einen deutschen haaston boom duden schreiben im spiel gibt es viele begrifflichkeiten die nicht den meisten leuten die das spiel a spielen oder b sich eventuell bei diversen streamern auf twitch anschauen bekannt sind die aber immer mal wieder fallen und ich habe mir zur aufgabe gemacht diese begriffe euch näher zu bringen und zu erklären ich möchte anfangen mit einem begriff der nennt sich maligen wird sehr oft gebraucht aber so wirklich jeder weiß nicht unbedingt ganz genau was das ist und zweitens wo der herkommt und warum das maligen heißt nun als maligen bezeichnet man quasi die erste phase eines frischen spiels hier bekommen beide spieler die ersten karten aus ihrem deck vorgeschlagen mit denen sie das spiel beginnen der spieler der als erster quasi beginnen wird das spiel bekommt dabei drei karten vorgeschlagen kann dann sagen ich möchte mit diesen drei karten beginnen oder 1 2 oder alle drei schuldigung karten in den stapel zurückschicken und bekommt dann dementsprechend drei neue die kann er aber dann nicht mehr tauschen mit denen muss er dann beginnen und er zieht mit beginn des spiels eine vierte karte nach der spieler der als zweiter an der reihe sein wird im spiel bekommt vier karten vorgeschlagen also genauso viel wie der erste spieler zu beginn seines spiels hat er kann aber vier karten wählen kann vier karten behalten oder 1 2 3 oder alle vier zurückschieben und sagen ich hätte gerne vier neue des weiteren bekommt er den sogenannten coin also eine münze diese münze generiert einen mana punkt ein spielpunkt was ihm ermöglicht in seiner ersten runde eventuell zwei karten zu spielen damit soll ausgeglichen werden dass der jenige der das spiel beginnt als erster eine karte spielen kann wo dann derjenige der als zweiter dran ist keine antwort drauf hat aber zum thema coin kommen wir irgendwann noch mal in einem anderen video im wesentlichen was ich euch noch gerne erzählen möchte woher kommt der begriff maligen der begriff maligen kommt aus dem golfsport wer hätte das gedacht er kommt aus dem golfsport ja im golfsport gibt es eine regel beziehungsweise eine abmachung zwischen spielern die aber nicht bei turnieren anwendung findet sondern nur bei rein privat organisierten golfspielen und da besteht die möglichkeit dass die an dem spiel teilnehmenden spieler vorher miteinander vereinbaren dass der erste schlag an jedem loch wiederholt werden kann wenn der erste schlag daneben geht und der ball landet irgendwo im see oder im wald oder im sand graben dann kann das für einen der spieler schon nachteilhaft sein sagen wir mal so und daher hat man im golf die möglichkeit geschaffen dass spieler miteinander verabreden können dass der erste schlag auf wunsch des spielers des schlägers wiederholt werden darf diese option steht da natürlich allen spielern zur verfügung und ja daher ist dieser begriff in der tat abgeleitet er kommt aus der golfspieler gemeinschaft in der welt von kartenspielen ist es auch ein feststehender begriff also das ist kein begriff der explizit nur für hearthstone angewendet wird sondern die diese dieser begriff der halt aus dem golfspot kommt wird in vielen kartenspielen benutzt dass man die karten die man quasi auf die hand bekommt wie es eben schon erklärt habe eventuell noch mal wieder tauschen kann weil man selber merkt so mit den karten die ich gerade vom spiel angeboten bekomme werde ich in diesem spiel nicht weit kommen genauso wie der golfspieler sagen kann mit dem schlag mit dem ersten schlag den ich gerade hingelegt habe werde ich im weiteren spiel nicht weit kommen ja dann wisst ihr jetzt auch was maligen a ist und zweitens wisst ihr nämlich auch jetzt wo der begriff her kommt im hintergrund läuft ein kleines video wo ich euch so ein bisschen zeige wie der maligen in hearthstone abläuft wo ich gegen einen gastwirt spiele also gegen einen computer gegner und dann seht ihr unten so von wegen wie meine ersten vorgeschlagenen karten aussehen das ist der maligen und dass ich sage so von wegen die eine karte möchte ich nicht die tue ich zurück in den stapel und bekommen dafür eine neue dann habt ihr jetzt sowohl eine erklärung wörtlich was der maligen ist ihr habt dementsprechend einen kleinen video ausschnitt der euch zeigt wie das im spiel aussieht ich hoffe ich konnte den begriff euch ein wenig näher bringen ihr wisst jetzt alle was der maligen ist und ja jetzt habt ihr zumindest die möglichkeit ein bisschen mehr mitzureden mein name war svenny auf twitch mokwai tv also twitch.tv slash mokwai tv ich streame so fünf sechs mal die woche wenn ihr fragen habt kommt da rein guckt da rein ich wünsche euch einen wunderschönen guten tag und macht keinen quatsch auf wiedersehen